So, ich würde jetzt sagen, wir schießen einfach in die Richtung und oh, 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 da schießt, oh, da stirbt einiges, ne, holy, ist das geil, what? Okay, da stirbt einfach alles auf dem Weg, das ist auch chillig. Ich würde jetzt sagen, wir machen mal einen kleinen Meteorit-Nagel, ne, gucken wir mal, da kommt jetzt ein bisschen was von oben und boom. Wow, ich liebe diese neuen Bögen, die sind extrem geil. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar habe ich für euch heute sieben geile Bögen vorbereitet und zwar kann man mit Commands, äh, mit dem Bögen etwas anstellen hier ein bisschen, ihr habt schon gesehen, es gibt Meteorit-Nagel, wir können Blitze beschwärmen, wir können T-Pfeile schießen, Feuerpfeile, aber auch echt extrem geile vernichtende Killpfeile und wie man das alles macht, seht ihr hier in diesem Video, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, wie gesagt, gerne abonnieren und liken und kommentiert, wie gesagt, gerne irgendwelche Vorschläge, die ich da nochmal in Zukunft, äh, euch zeigen kann. Generell gibt es da echt extrem viele Sachen, die ich wahrscheinlich selber noch nicht mal weiß, also wie gesagt, wenn ihr irgendwas kennt, gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns direkt im Tutorial. Fangen wir einfach mit dem Einfachsten an oder, doch, das ist einfach das Einfachste, ihr seht, es ist ein einziger Command-Block und ich habe für euch, wie gesagt, sieben Stücke vorbereitet und die Commands werde ich euch, wie gesagt, alle zeigen und was sie auch machen, werde ich euch auch zeigen und zwar ist der Grippler ein Teleport-Command. Ich zeige als allererstes, wie er funktioniert, ich mache ihn zuerst an und wir können jetzt mal kurz in die andere Perspektive gehen und ich benutze jetzt extra ein Crossbow, denn der Crossbow, äh, Crossbow, der schießt viel, viel stärker und dadurch können wir uns viel weiter wegschießen. Das ist extrem geil, schaut euch das an. Ich bin einfach irgendwie 230 Blöcke einfach weggeschossen worden, ich liebe diese Ambrust, wie gesagt, die Ambrust ist extrem geil. Wir können ja unsere Maus leider nicht bewegen während diesem Teleport, das ist etwas verpackt, aber es ist trotzdem extrem geil und ich muss euch sagen, es ist der einfachste Command, aber irgendwie auch der coolste. Zumindest also von der Fortbewegung, die anderen sind ja eher zum Töten da, aber auch ziemlich geil. So, wir gehen gleich kurz in den Command rein und zwar haben wir hier einen bedingungslosen, äh, da benötigt Redstone, habe ich jetzt gemacht, damit wir den mit einem Hebel aktivieren können. Seht ihr da, Hebel an oder jetzt aus, an. Wiederholen, ganz wichtig, äh, Name müsst ihr jetzt nicht hinschreiben, wie ihr wollt, das ist nur der Name, damit es drüber steht, falls ihr das noch nicht wusstet, könnt ihr den Namen ändern. Und, äh, hier haben wir den Command, das war execute at e, type arrow, das werden wir jetzt oft benutzen in dem Video und dann tp, at p und dann immer diese Koordinaten. Einmal haben wir die x-Koordinate auf 1 und einmal die z-Koordinate auf 1, sodass wir ein bisschen schräg von dem Fall sind. Und, äh, die Höhe könnt ihr jetzt verändern, wie ihr wollt, aber ich habe jetzt einfach dann 0 gelassen oder gar nichts. Und das war's halt auch und wir können natürlich uns auch nach oben schießen. Äh, wie gesagt, ihr seht, wenn man sich tp, dann kann man sich leider nicht mehr, äh, bewegen von der Maus her. Ihr seht, ich werde immer zurückgepackt, also ich kann halt nur in dieser Ansicht gucken, wie ich hoch und runter fliege, aber auch extrem geil. Schaut euch das an. So kann man sich mit Stil fortbewegen, zack, das macht wirklich viel Spaß und die Pfeile sammelt man dann normalerweise dann immer ein, sodass sie einen nicht stören. Bevor ich es vergesse, und zwar gibt es ganz wichtig, äh, sag ich euch mal kurz, ein Command, wahrscheinlich wurdet ihr gerade ein bisschen vollgespammt im Chat. Und zwar gibt es dafür eine GameRule, Slash, GameRule, genau, und dann einfach nur, äh, CommandBlockOutput, der hier. Das müsst ihr dann immer auf voll stellen, hier, dieser Command lautet er. Und einmal gibt es noch einen anderen Command, den kann ich euch zeigen, der wäre auch praktisch, und zwar ist es so, dass diese Commandblöcke immer geladen werden müssen. Das bedeutet, wenn ich jetzt mich irgendwo 200 Meter weit weg hinschieße, funktionieren die Commands nicht mehr hier, weil ich ja nicht mehr da bin. Und irgendjemand muss diese Commands laden. Ihr könnt entweder einen AFK-Spieler hier hinstellen, oder ihr macht das ganz klug und nehmt Slash TickingArea, das ist ein Command, damit könnt ihr einen ladenden Bereich sozusagen erstellen, und zwar jetzt einmal hier Add. Und dann könnt ihr jetzt wieder Circle da hinschreiben, und, äh, ja, dann müssen wir noch kurz die Wellen dreimal hinschreiben, also für die Koordinaten, dass wir jetzt hier das haben wollen. Und dann müsst ihr einen Radius hinschreiben von 1 bis 4. 1 bis 4 sind die Chunks, macht einfach da 4, dann habt ihr 4 Chunks um euch herum, dauerhaft einen ladenden Bereich, ganz easy, und dann müsst ihr nicht dauerhaft die Commands laden. Das ist nochmal ein Tipp, und jetzt können wir gleich zum zweiten kommen. Hier haben wir einmal explosive Spitzen, und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was das bedeutet. Und zwar, wenn wir jetzt mit einem Bogen ein bisschen ballern, ihr seht schon, da habe ich schon ein bisschen getestet, dann passiert das hier. Zack, TNT, und boom. Und wir machen kurz mal aus, und ich zeige euch kurz den Command wiederholen, und bitte, äh, hier, bedingungslos benötigt Redzone. Und der Command ist auch ultra simpel, und zwar spawnen wir einfach nur ein TNT, hier ist ein TNT, und das spawnen wir einem Pfeil, ganz easy. Und dann haben wir noch, wichtig, einen verketteten Command auf immer aktiv, auch mit derselben Vertickverzögerung, das ist wichtig. Ihr habt jetzt gesehen, manche Mal werden die Pfeile instant gelöscht, das bedeutet, dass ihr dann genau den Tick erwischt habt, wo es gelöscht wird. Probiert einfach nochmal zu schießen, dann funktioniert das. Und hier haben wir einen Kill at E Type Arrow, einfach nur, dass der hier Pfeil gelöscht wird, damit nicht andauernd TNTs gespawnt werden. Und das war auch der TNT-Bogen, ganz simpel, aber auch ziemlich cool. Kommen wir zum nächsten, und zwar habe ich dafür Feuerbreite sich aus angemacht, und zwar haben wir jetzt hier brennende Pfeile. Also nicht nur wirklich Flamme, also die Verzauberung, Verbrennung auf den Pfeilen, sondern wir können wirklich Holz anzünden. Ich habe die Zyk-Speed, jetzt hier die Random-Tick-Speed auf, ich glaube 10 gestellt, also 10 mal so schnell. Und wir können mal kurz die Inferno-Pfeile aktivieren. Ich kann direkt in den Command reingehen, weil das wirklich ein Command ist. Und zwar haben wir hier benötigt Redstone und wiederholen wieder, und die Zyk-Flexierung bleibt jetzt auf 0. Und das ist der Command, und zwar setzen wir, also fill ist sozusagen ein Platzierungskommand, und mit dem setzen wir ein Feuerblock auf genau dem Pfeil-Position. Ihr seht, execute auf dem Pfeil jedes Mal. Und wir können das mal austesten. Und zwar habe ich jetzt hier zum allerersten Mal einen Vergleicher, oder hier, wie heißen die den Comparator, genau im Englischen. Und dann einmal hier die Repeater, drei Stück auf volle Stufe, ihr seht, die volle Stufe ist das hier. Und dann haben wir hier nochmal einen kill-at-type-arrow-Command. Aber ihr seht hier, die ganzen Einschauungen sind alle noch gleich. Und wenn wir jetzt hier auf dieses Holz schießen, dann passiert das hier. Und zwar setzen wir dann wirklich ein Feuer, und normalerweise müsste dann jetzt gleich hier der Pfeil gelöscht werden. Ja genau, hier perfekt, da jetzt sind die Pfeile weg. Hier seht ihr, der Command geht da rein. Und wir können einfach, wie gesagt, Holz einfach abbrennen mit Pfeilen. Und ja, das war's, Holz ist weg. Ja, schade, ne? Also damit könnt ihr, wie gesagt, eure Häuser, oder die Häuser von den Kumpels einfach mal so schön abfackeln mit einem brennenden Pfeil. Und die werden sich wundern, warum das wirklich dann angezündet wird. Okay, also ihr seht schon, AIMBOT, ja? Und das ist wirklich extrem geil. So, und zwar brauchen wir jetzt erstmal kurz Spawnex. Ich hol mir kurz hier einfach nur mal Spawn. Ja gut, ich kann nicht schreiben. Sorry, Spawn. Ja, wir nehmen jetzt einfach hier Kühe und holen uns ein Stack Kühe. Und zwar können wir wirklich, wie gesagt, hab ich das ausgeschaltet? Ja, hab ich, perfekt. Und zwar spawnen wir jetzt einfach mal kurz hier ein paar Kühe. Ja, ein bisschen Spaß und so. So, das würde auch reichen, weil wir wollen jetzt vielleicht nicht 200 Kühe auf einmal haben. Und wir machen jetzt einfach mal kurz den AIMBOT an, ja? Und ich zeige euch gleich den Kommand. Ihr seht, das ist ein einziger Kommand, also auch wieder übel easy. Und ihr seht, wenn ich jetzt einfach irgendwo da die Kuh aime, dann zack, wird die getroffen. Dann wird die auch wieder getroffen. Ihr seht, wie krank die Pfeile gehen. Wenn ich jetzt hier so diesen Flick hier mache, dann wird die Kuh hier angeklatscht. So, bam. Oh, jetzt hab ich sogar geschafft zu veraimen. Das ist auch krass. Also man kann veraimen, wenn man wirklich daneben aimt. Aber ihr seht eigentlich, wenn ihr immer so ungefähr in die Kuh rein zielt, dann stirbt die schon. Also das ist extrem geil. Und wenn ihr dann noch Stärke 5 drauf packt, dann one-headed die einfach alle Tiere hier dauerhaft. Das ist so geil. Einfach irgendwo hin-aimen und immer treffen. Und das funktioniert auch bei Spielern. Das ist das nächste. Also ihr könnt das auch auf andere Spieler anwenden. Und der Command lautet wie folgt. Und zwar haben wir, wie gesagt, benötigt Redzone, wiederholen, bedingungslos, wie immer eigentlich. Und das ist der Command. Und zwar sind jetzt ein paar komische Types oder wir haben auch einen Tag mit dabei. Ihr müsst euch, wie gesagt, dann gleich einen Tag noch geben. Aber wir haben jetzt hier, wie gesagt, einmal exekuten wir, wie gesagt, auf einem Arrow mit den Koordinaten von einem Arrow tp, add s. Und dann add e nochmal. Da müsst ihr darauf schauen, dass es zweimal add s, Leerzeichen add e ist. Und das bedeutet, dass der Pfeil, also add s, bezieht sich jetzt auf den Pfeil. Und wir tp'n uns immer zu einem Entity außer dem Pfeil und außer den Spielern mit dem Tag aimbot. Das bedeutet, wenn jemand diesen Tag hat, dann wird er nicht anvisiert. Und da am Schluss haben wir noch einen Radius 10. Wenn ich den jetzt höher stellen würde auf 50, dann müssten wir, dann könnten wir sogar 50 Blöcke von diesen Dingern entfernt aimen. Ihr seht, äh, what? Oh, ich hab gerade auch, dass jemand einen Armour Stand gekillt. Ups. Ja gut, also hinter mir war ein Armour Stand, das ist jetzt auch ripped, weil alle Entities werden getargeted. Und ihr seht, ähm, ich kann jetzt sogar so weit nach oben aimen und ich treffe immer noch. Das sind diese 10 Blöcke Radius, wenn du auf 50 stellst, könnt ihr weiter weg aimen. Funktioniert, wie gesagt, mit den Spielern auch. Und zwar müsst ihr dann, wie gesagt, mit slash tag euch ein, ähm, hier weiter mit add s, müsst ihr euch einen Tag geben, add. Und dann gebt ihr halt, wie gesagt, den Namen ein. Ihr seht, jetzt aimbot hab ich schon. Das bedeutet, ich kann jetzt irgendeinem Spieler den geben. Dann wird er nicht anvisiert davon. Das müsst ihr euch immer selber geben. Wichtig ist, weil sonst aimt ihr euch immer selber an. Das ist halt irgendwie dumm. Ihr könnt euch selber töten damit sogar. Aber, ähm, wichtig, diesen Tag euch immer geben. Dann könnt ihr euch nicht mehr selber an-aimen. Dann funktioniert das Ganze auch. Nicht nur an euch. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass wir so viele Kühe haben. Denn es gibt noch einen lustigeren oder noch einen viel-op-eren Command. Ihr seht hier den nächsten mit ein paar Repeatern. Und zwar lautet der Vernichter. Und ich mach den jetzt mal an. Ihr habt das wahrscheinlich schon am Anfang gesehen. Ich kann aber in einer ganzen Linie Mobs auslöschen. Das ist extrem krass. Ihr könnt das natürlich auch mit Spielern machen. Ich hab das jetzt nur gemacht, dass es mit Mobs geht. Ihr seht, wie ich kann in einer Linie alles vernichten. Komplett. Alles, was sich in den Weg stellt, vernichten. Und so kann ich meine ganzen Mobs hier klären. Ich kläre aber nicht mal alle, weil wir die gleich auch noch brauchen werden. Aber die da hinten, die stören mich ein bisschen. Und weg mit euch. Extrem stark, extrem cool. Und ich zeige euch, wie der geht. Und zwar haben wir wieder, wie gesagt, die ganz normalen Bedingungen. Hier alles null. Benötig Redzone, bedingungslos. Wiederholen. Name ist egal. Hier das letzte Ausgabe. Müsst ihr nicht anmachen. Und der Command ist an sich überhaupt nicht schwer. Wir exekuten wieder auf einem Pfiff. Pfeil. Das habt ihr wahrscheinlich schon oft jetzt gesehen in dem Video. Und dann wieder die drei Wellen. Und einmal Kill at E-Type. Nicht Player. Also nicht den Spieler killen wir. Und wir killen nicht Pfeile. Ganz wichtig. Die Pfeile müsst ihr auch hinzufügen. Weil sonst killt ihr immer jedes Mal den Pfeil. Und dann funktioniert der Effekt ja nicht mehr. Ist ja logisch, wenn ihr mit dem Pfeil schießt. Und er wieder ins und gelöscht wird. Dann funktioniert das nicht. Dann müsst ihr, wie gesagt, der Arrow hinschreiben. Und Radius 5 bedeutet die Entfernung, in der er alles killt. So wollte ich das sagen. Und ist auch selbstverständlich. Wenn ich jetzt hier 10 schreiben würde, könnte ich in 10 Blöcke Radius vor meinem Pfeil alles auslöschen. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur noch ein paar Kür übrig gelassen. Aber dann haben wir hier nochmal einen Repeater. Ne, einen Vergleicher. Genau, einen Comparator. Ich verwechsel die beiden jedes Mal. Auf jeden Fall dasselbe Ding wie bei den Inferno-Pfeilen. Und dann einmal 4 oder 5. Wie gesagt, das könnt ihr selber entscheiden. Ich habe jetzt hier 4 genommen. Weil dann haben wir genug Zeit, den Pfeil zu verschießen. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel nur einen Repeater hättet. Dann würde der Command hier, der wieder die ganzen Pfeile löscht. Das ist, wie gesagt, genau dasselbe. Nur mit einer Tickverzögerung von 100. Habe ich das jetzt hier eingestellt. Der andere hat ja keine Tickverzögerung gehabt. Das ist genau derselbe Command. Ihr könnt die Commands auch auf der Tastatur und Maus. Könnt ihr mit Steuerung und Mausrad euch nehmen. Und dann seht ihr, haben wir hier einen Command-Block mit Data. Und wenn wir den jetzt platzieren, hat er genau dieselben Daten da drin. Also mit dem Command. Das ist echt praktisch. Ich glaube, auf den Konsolen geht das nicht. Aber ihr könnt wahrscheinlich auch irgendwie die Sachen kopieren auf dem Handy oder so. Diese Repeater sind, wie gesagt, einfach nur für die Länge da. Damit das ein bisschen Zeit hat. Damit ich einen Pfeil verschießen kann. Und dann erst der Pfeil gelöscht wird. Weil sonst löscht der Pfeil sich instant. Und dann können wir nichts damit machen. Und das war auch der Command. Wie gesagt, der ist übel geil. Und der nächste wird mindestens genauso geil. Wir müssen kurz den hier ausschalten. Wie gesagt, wichtig ist, immer ausschalten die anderen. Weil sonst stacken die sich ein bisschen. Und das ist super verbuggt dann auch manchmal. Vor allem mit dem Teleport-Command. Und der nächste lautet Meteor. Und ja, es ist genauso geil, wie es sich anhört. Und zwar machen wir den an. Und wenn wir jetzt schießen. Es ist egal, mit dem Crossbow, mit dem Bogen. Oder wenn ein Skelett schießt. Das zählt auch. Müsst ihr darauf schauen, dass ihr keine Skelette habt. Wenn wir jetzt aber schießen. Dann. Und dann gucken wir in die Luft. Und dann kommt TNT. Und boom. Löschen alle Kühe aus. Und die eine Leute überlebt die kleine Miese. Machen wir mal nochmal. Ihr seht, wie viele Kühe. Und boom. Also das macht so viel Spaß. Glaubt mir. Das ist so lustig. Aber ihr seht, über jeden Mob wird ein TNT gespawnt. Und es gibt einen kleinen Meteor-Hagel. Boom. Alles ist tot. Ey, das macht so viel Spaß. Kommen wir einfach mal direkt zum Command. Und zwar haben wir hier einmal einen bedingungslosen benötigten Redzone. Wiederholen. Block ohne Tickverzögerung. Und zwar haben wir jetzt hier einen Test-Fall-Command. Er gibt einfach nur ein Signal aus, ob jetzt ein Pfeil irgendwo in der Welt ist. Der geladen natürlich ist. Der Pfeil kann auch im Ende irgendwo stecken. Aber halt, wenn er nicht geladen wird, zählt das nicht. Das ist wichtig. Test-Fall-Command zählt nur die geladenen Entities. Und das ist jetzt in dem Fall unser Arrow. Dann haben wir einen Command. Es ist jetzt auch wichtig, dass die alle in einer Richtung zeigen. Ihr seht, diese Pfeile zeigen alle in einer Richtung. Es muss nicht nach oben sein. Das ist wie bei mir jetzt nach vorne. Kann auch nach oben gehen, nach unten. Hauptsache die Pfeile zeigen alle in eine Richtung. Und hier haben wir jetzt einen bedingten, verketteten, im Aktiven mit Null Verzögerung Command. Und zwar ist der jetzt ein bisschen komplizierter. Wie ihr seht, schon wieder haben wir wieder diese Ausruferzeichen. Die bedeutet, dass es nicht dieses Entity ist. Und ihr seht, wir haben jetzt einen Execute-Command auf Nicht-Spieler und auf Nicht-Items und auf Nicht-Arrows. Ich sage jetzt, das ist extra so dumm, damit ihr das versteht. Wie gesagt, das bedeutet aber nur, dass wir nicht die Spieler, die Items und die Pfeile targeten oder jetzt zielen. Und dann brauchen wir, wie gesagt, die gleichen Koordinaten. Also diese dreimal Wellen. Und dann Summon TNT. Und dann wichtig ist, 75 Blöcke nach oben. Das sind diese Koordinaten. Und zwar 75, weil dann das TNT genau auf dem Aufschlag explodiert ist. Ihr seht, wenn ich jetzt ein TNT oder wenn ich jetzt ein Tier hier targeten würde. Ich muss kurz hier entfliegen. Genau. Und dann schießen wir kurz einen Pfeil hin. Dann wird das TNT exakt am Boden explodieren. Das sind diese 75. Ihr seht, es prallt wirklich wie ein Meteor auf. Ihr könnt jetzt natürlich 50 machen, dann spawnt es ein bisschen tiefer. Und dann wird es ein bisschen am Boden liegen bleiben. So könnt ihr das, wie gesagt, damit das Timing ein bisschen verändern. Aber ich habe jetzt hier 75 genommen. Genau, 75, weil das dann genau auf dem Aufschlag trifft. Und sieht auch ziemlich cool aus. Und dann haben wir noch einen letzten Command, der dann wieder alle Arrows killt. Da haben wir wieder 0, immer aktiv, bedingt. Ganz wichtig, bedingt. Verketten und der andere hat er auch, glaube ich, bedingt. Das habe ich, glaube ich, euch gesagt. Aber wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt nochmal. Wenn jetzt natürlich hier kein Entity ist. Ihr seht, es passiert gar nichts. Der Commander ist an, aber es passiert nichts, wenn wir kein Entity haben. Okay, machen wir dann wieder aus. Und kommen wir zum letzten. Und zwar ist das jetzt der Blitz, weil der ist ein bisschen weniger cool. Aber auch, wie gesagt, könnte useful sein, um Leute einfach zu ärgern. Weil die Blitze tun, glaube ich, schon einiges an Schaden. Und ich glaube, zweieinhalb Herzen ohne Rüstung ist schon einiges. Also ihr könnt damit Leute schon killen. Und ihr könnt damit auch Sachen verwandeln. Wie zum Beispiel Dorfbewohner in Hexen. Oder Schweine in Pigments. Und das ist der Command. Und zwar mache ich ihn kurz mal an. Ich trottel. Dann passiert das hier. Und dann spawnen da jetzt andauernd Blitze. Das ist extrem laut. Holy moly. Und die werden dann, wie gesagt, instill gelöscht nach einer Zeit. Zack, 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 zack. Und wird gelöscht. Alter, ist das so laut? Immer so laut? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das extrem laut. Und zwar, wir haben jetzt hier einen Command. Wie gesagt, der ganz normal. Mit fünf Tickverzögerungen. Fünf ist jetzt wichtig. Wenn ich das nämlich jetzt auf null mache. Seht ihr, was passiert. Das wird jetzt noch mal extrem lauter, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es im Video noch leiser machen muss dann. Aber ihr seht, das ist deutlich öfter und lauter. Also das ist die Tickverzögerung. Die solltet ihr schon ungefähr auf fünf haben. Damit das nicht extrem laut und euer Ohr zerklatscht. Und zwar haben wir jetzt hier einen Execute-Command. Der wieder einfach nur, wie der erste Command, glaube ich. Wie mit dem TNT-Ding. Einfach nur etwas sammelt. Also beschwört. Und zwar Lightning Bolt. Das ist einfach nur ein Blitz. Easy. Dann seht ihr noch, haben wir jetzt ein paar. Die selbe Schoße wie bei den anderen zwei. Haben wir wieder ein paar Comparator und Repeater. Damit wir es nicht instant der Pfeil gelöscht wird. Damit wir noch ein bisschen Spaß haben. Und hier ist wieder ein Kill-Command. Wieder mit null Tickverzögerung. Einmal Impuls. Impuls heißt einfach nur, dass er einmal auslöst. Und der killt einfach wieder dann die Pfeile nach diesen Zeitvorgaben. Ich weiß nicht, wie viele Ticks das sind. Ich glaube, das sind immer vier Ticks pro Repeater. Irgendwie nach einer Sekunde wird dann immer der Pfeil gelöscht. Könnt ihr ja hier sehen. Eins. Ja, eine Sekunde ungefähr, wie gesagt. Seht ihr ja. Und wie gesagt, wenn ihr mehr Repeater habt, dann könnt ihr auch länger diesen Blitz hören. Ja Leute, aber ich würde auch mal sagen, das war's vom Video. Das hat extrem Spaß gemacht. Vor allem, ey, das ist einfach, also das ist wirklich extrem geil. Ihr seht da alles, der Pfeil oben links über mir. Und ich sammle den auch wieder instant ein. Es ist so geil, diesen Pfeil zu benutzen. Ich liebe es. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung da. Wenn ihr weitere Videos von solchen feiert und sehen wollt, dann gerne den Channel abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.